Nutten spielen Alien Swarm. Nutten! Nutten. Und es ist am Tag und es ist eine Custom Map und ich habe eine Chaser! Steer, Olli! Was für Custom Map, Alter? Das ist Half-Life! Olli? Ja? Lauf weg! Ah! Ich töte dich mit meiner Kettensäge. Warum? Ich weiß nicht. Ey, sag mal! Bist du bescheuert? Lass den am Leben! Dem am Leben! Der Mann kann dann nicht unendlich Munition! Okay... Ah... Olli, dann lass dich mal vorraufen. Ja... Was müsst ihr wirklich tun? Aliens töten! Ganz viele! Wirklich? Black Mesa befreuen! Turn on Power, warte, sind wir... Ja, gut! Au! Was sind das denn für Viecher? Na gut! Das sind kleine Aliens und... Oh mein Gott! Es wird alles! Ah, da ist das Mistrick! Oh! Ah, richtig, richtiges Spiel! Ich liebe auch, dass der Olli mich immer anschießt! Du hast ihn gerade mit einer Kettensäge fast tot... äh... gehauen! Das ist wirklich Black Mesa, kann das sein! Ja, das ist City... Ah, City 17! City 17, ja! Ah! Ja, meinst du, ich weiß was... Manns, einer mag das kennen! Ja, meinst, einer! Das sind ziemlich Underground-Spiel! Das sind ziemlich Underground-Spiel! Das gehört, das soll irgendwie Half-Life sein! Das ist, glaube ich, irgend so ein schlechtes Spiel! Ja, das ist so ein kleines Scammer-Game, ne? Das regen sich alle auch, dass sie jetzt davon ein Sequel machen, ey! Die wollen alle keinen weiteren Teil davon! So, wir müssen nach oben, äh, wo bleiben die? Wir müssen jetzt nach oben und du gehst nach unten! Ja, von, von mir aus jetzt gesehen nach oben! Ja, jetzt! Geht nach oben! Ohlalol, da joint jemand, das hat jemand das, das Ding... Wir sind nicht so Underground, wie wir dachten! Oh nein, wir sind keine Hipster! Da! Oh geil, ich kann die Rutsche hier hoch! Du kannst die Rutsche auch bestimmt runter! Da geht's! Oh Gott, da ist irgendwas ausgelöst, was passiert jetzt? Ah, ich stacke! Ich stacke! Ohne der Scheiß... Ah! Die Scheiß-Rutsche, Mann! Das ist ne Todesfalle! Wow, ich bin diesen Kuhn, so geil in Deutschland! Das ergibt, glaube ich, irgendwie keinen Sinn, dass wir jetzt in... City 17's Aliens haben, aber gut! Ja, wieso? Oh! Black Mesa gab's doch auch Aliens! Ja, aber nicht diese Art von Aliens! Ja! Ah, guck mal, hier ist ein Wachmann! Den hat's irgendwie erwischt! Wow! Kann man nicht... Ja, okay! Hörst du darauf, den Namen toten Wachmann zu hauen? Ist das so ein Combine? Und wo müssen wir jetzt lang? Oben! Oben! Gut! Leute, ihr habt ne Karte! Oh Gott! Oh, haha, wo kommen die denn her? Hihihihi! Hihihihi! Okay! Marketen los! Ich weiß, wenn nicht was abgeht, aber alles explodiert und ich bin froh darüber! Leute, immer noch! Die Medi-Gun hält nicht ewig! Also ihr sollte mal ein bisschen vorsichtiger spielen! Ich kann mich nicht dauernd heilen! Doch! Das erwarte ich und das glaubst du! Ja! Ja! Und im Zweifelsfall, Chromebar raus und go! Ja! So, bitte bei diesem spannenden Hack-Spiel mich beschützen! Es ist gut, dass du den Techniker spielst! Das sehen die Leute mal, wie spannend es ist, hier einen Techniker zu spielen! Ja! Und wie geil das ist, zu Battle-Musik zu hacken! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was zur Hölle?! Oh Dreck hier! Weg hier, Kevin! Rückzug! Oh das ist die Idee! Äh, ich komm hier nicht weg! Irgendwie ist Kevin ein schlechter Medic! ja der will nicht zählen und er will nur Kippenlern ich rede nicht hier kämpft unter alter bist du als er gibt es auch nicht zurück der Kevin los sowieso vollkommen vorhält Kevin kannst du jetzt einfach mal bitte dadurch denn das wir weiterspielen können Versuch's. Nein, du schießt. Ja, weil da Viecher sind, die mit dem Weg blockieren. Hast du noch nie Mirror's Edge gespielt? So, Leute, umgehen. Ich hab die immer alle umgehauen. Sollen wir diese komische, halbnackten Frauen kicken? Ist vielleicht besser. Können wir das überhaupt? Ja, klar. Jetzt mach Freddy. Bei IT. Oh, wir haben noch so viel vor uns. Wir haben noch so viel vor uns. Und jetzt schon seid ihr alle verreckt. Ey, ja, blamender Healer und so. Ja, eben. Du bist unser Healer und du bist doch nicht unser Gott. Oh, doch. Nein. Ich bin euer Heiler, ich bin euer Gott. Ohne mich seid ihr alle tot. Das wahre Worte wurden noch nie gesprochen. Kevin, und mit dir sind wir auch tot, also bist du gar nicht. Entschuldigung mal, wenn ich dich beschützen soll, dann kann ich nicht gleichzeitig den Olli heilen, der am anderen Ende der Karte steht und für fünf Viechern gefressen wird. Bist der Medic. Doch. Ja, ja, gut. Ja, ich kann... Moment mal. Ey, setzt mal gefälligste Priorität. Soll ich den Olli heilen, wenn er von sechs Viechern umgeben ist? Oder soll ich den Nico daran hindern, nicht auch gefressen zu werden, während er gerade hackt? Leute, ihr wisst hier schon, ne? Deal with it. Ja, deal with it. Wow. Das klären wir im nächsten Part. Das klären wir im nächsten Part.